So, und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Super Hexagon. Ja, wer nicht weiß, was das ist, das ist ein mehr oder weniger Hardcore-Spiel. Ich habe gerade schon mal das erste Level versucht. Ich habe ganze zweieinhalb Sekunden durchgehalten und, ja, um euch das Spiel einfach mal vorzustellen, würde ich mal sagen, so. Das Prinzip ist sehr simpel, allerdings werdet ihr, ja, werdet ihr gleich sehen, dass ich jetzt absolut noch absolut gar nichts kann. Mein Ziel der heutigen Folge ist, es eine halbe Minute durchzuhalten. Ich bin so inkompetent, ne? Ich bin so inkompetent. Ah, Hilfe. Was war das denn? Boah, war das gut. Und ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Geil. Das Level 2 haben wir geschafft. Wir sind bei Level 2, wirklich. Geil. Ja, Line. Und wir haben 14 Sekunden geschafft. Das wird auf jeden Fall in die Weltrekorde eingehen. Man muss sich so konzentrieren bei dem Spiel. Das ist richtig, richtig krass. Aber, ja, ja, ich, ähm, naja, ich habe gerade eben einmal getestet, ob es funktioniert und, äh, das war jetzt auch schon meine Übung, die ich hatte. Das ist eigentlich ein richtiges Rage-Spiel. Aber, ich, äh, versuche einfach mal nicht zu ragen. Und das wäre, äh, äh, ein bisschen, äh, schlecht. Nehme ich mal an, Leute. Okay. Aber neue Rekorde, mal hin. 15 Sekunden, wir haben schon mal die Hälfte geschafft. Ich mache das so lange, bis ich 30 Sekunden durchgehalten habe. So lange geht das Video. Aber ich werde es, äh, wahrscheinlich schneiden müssen. Leute! Das geht doch nicht, das geht nicht. Es geht nicht. Okay, ich fange langsam an, um zu ragen, ich merke schon. Oh, 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 was ist der Wester denn? Ich bin durch die Wand geglitscht. Irgendwie. Und ich bin an die Wand gefahren, wow. Wow, wow, das ist... Erinnigend. Wuuuuuuhuuhuuhuuhu. Okay, okay, wir schaffen das, wir schaffen das, Leute. Ich habe gesch- Ich habe geschossen, doch. Also schaffen wir das. Nein, okay. Okay, okay. Ich fange an rumzuschreien, das ist kein gutes Zeichen. Okay, unter Umständen, äh... Unter Umständen muss ich, ähm... Das Limit auch auf 20 Sekunden setzen, weil... Ich glaube nicht, dass ich das noch allzu lang aushalte. Ich bin kurz davor, die Schimpfwörter rauszuhauen. Game over, again. 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 Again... What? Was? Ich habe das gehört, Leute. Dann war es schon wieder. Dreimal. Illuminati-Kotor. Das ist nur die Musik. Nur deswegen mache ich weiter im Leben. Nein. Ja. Game over, again. Ich glaube, ich kriege gleich einen äkliotischen... Soll ich mir das mal so anschaue? Hör, 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 hör. Nicht schon wieder. Ah. Habt ihr es gesehen? Da war es schon wieder. Ich bin durch die Wand gelaufen. Jetzt. Nein, jetzt. An die Wand gelaufen wurde, ja. Okay, ich hatte mir zumindest diesen Teil des Spiels wesentlich einfacher vorgestellt. Er ist eigentlich auch einfacher. Aber ich bin zu in... Oh, ich schaff das viel. Zu klein, ich schaff das viel. Irgendwann, Leute. Ich sag's euch. Ich schaff das noch. Ich schaff das noch. Vielleicht nicht mehr in dieser Falle. Ja, ich schaff das noch. 22 Sekunden, Leute. Ist das nicht... Das ist doch einfach nur krank. Wow, das war mal ab. Mal wieder. Wuhu, wuhu. Total rage. Wuhu. Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, Mist. Ja. 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 Und ja. 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 Und ja. Und ja. Was ist das denn jetzt? Jetzt liegt das so schief, das Teil, ey. Geh mal wieder grau, Alter. Ich bin so blöd, ey. Ich bin so blöd. Ich sag's ja. Ich sag's ja. Gut, beim nächsten Mal über 20 ist... Beim nächsten Highscore... ...ist die Verhältnisse Ende. Ich hab... ...absolut keine Lust mehr. Und ich will jetzt auch nicht so... ...nicht so ganz so viel rumschauen. ...wuhu. Wuhu. 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 Das... 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 Nee. Leute, ihr habt's genau gesehen. Oh, man, ey. Wieso? Wer hat mir was langgetan? Wie? Miko? Macht ihr... ...win... S хоть. Oh, 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 oh try some $325. I will not forget it! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Sonova. Ich schim lata bis zu Limx in 40. Ciao! Der Aufnahme.